Hallo, grüß euch und herzlich willkommen. Mein Name ist Bob Stefan, ich bin Geschäftsführer und Produktmanager der jungen österreichischen Rheinrad-Triathlon-Marke Airstream. Ich freue mich euch hier unser aktuelles Baby im Produktsortiment, den Aerotype Straßen- und Triathlon-Rheinrad-Rahmen, zu präsentieren. Der Aerotype zeichnet sich aus durch seine besonders innovative Sattelstützenkonstruktion, die sogenannte Flexible Seatpost Adjustment System, was einen Sitzwinkel für den Straßenbereich von 73 Grad und im Triathlon-Bereich von 78 Grad gewährleistet. Dieses Aerostraßenrad zeichnet sich aus durch eine wirklich sehr hohe Lenkkopfsteifigkeit, sprich vor allem beim Einsatz von hohen Aerofelgen läuft das Rad sehr, sehr ruhig und es fängt nicht sehr leicht zum Flatten an. Zusätzlich ist das Rad noch für DI2 konzipiert und wie gesagt ab September im Handel erhältlich. Und dann auf den letzten Zeit, wir sehen, dass die Verteidiger und die Verteidiger wird es einem nicht in der Brunschärmsteiger wie gesagt hat. Und dann bei der Vertpungstelle, die ist das Rad in der Belohnung, ist das Rad schните, wie gesagt ab und weiter, würde es einen Rögel fern. Wir sehen, dass die Verteidiger und die Verteidiger ja auch nicht nur hier, dass das Rad in der Fall ist. Bis zum nächsten Mal.